What the fuck Leute haben wir heute für einen Shop und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daily Shop Und ihr seht es schon, wir haben heute einfach genau denselben Shop wie gestern drin Alle Items sind gleich, das hatten wir bisher noch nie Es ist heute wirklich das aller allererste Mal, dass wir einfach zwei Tage hintereinander denselben Shop drin hatten Ich denke mal, das wird damit zusammenhängen, dass ja heute das große Valentinstags-Update kommen wird Der neue Patch-Show 7.4 kommt ja heute um 10 Uhr sind die Wartungsarbeiten Und ich denke mal, dass sich dann der Shop im Laufe des Tages nochmal updaten wird Wir dann also neue Items reinbekommen werden Vielleicht ja auch die Valentinstags-Skins vom letzten Jahr, also zum Beispiel den Liebesranger Werden wir dann ja sehen Außerdem bekommt man dann ja heute endlich den neuen kostlosen Waffenskin freigeschaltet Den man ja nur bekommt, wenn man jetzt nochmal einen Creator neu eingetragen hatte Fortnite hat ja nochmal bekannt gegeben, dass jetzt erst neu zielt Also tragt unbedingt dort nochmal Snoxy als Creator ein, um heute hundertprozentig sicher den neuen Waffenskin zu bekommen Also einfach nochmal kurz in den Fortnite-Shop gehen und dort Snoxy als Creator eintragen Dann solltet ihr heute hundertprozentig sicher mit dem neuen Update die kostenlose Waffenlackierung freigeschaltet bekommen Spätestens wenn man dann hier das eingetragen hat und auf Anime geklickt hat Und dann nochmal Fortnite neu gestartet hat nach dem neuen Patch Also holt ihn euch heute unbedingt ab Und wie gesagt, ansonsten haben wir heute wirklich genau denselben Shop wie gestern drin Falls euch die Items hier nochmal genauer interessieren Beziehungsweise euch meine Meinung dazu interessieren Dann schaut euch einfach mein Video von gestern an Da habe ich nochmal alle Items hier genau vorgestellt und nochmal meine Meinung zugesagt Und ansonsten, wie gesagt, sobald sich hier irgendwas updaten wird, werde ich euch darüber informieren Also lasst gerne jetzt noch schnell ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt Und aktiviert auch die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen Und nachher auch eine Benachrichtigung zu bekommen, sobald sich hier irgendwas im Shop geupdatet hat Wenn euch das Video hier trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da Und ihr könnt natürlich auch wieder jetzt rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet Auch wenn das irgendwie jetzt ein bisschen witzlos ist, weil es einfach genau derselben Shop ist wie gestern Ich werde es trotzdem einblenden, bevor mir irgendjemand schreibt Oh, du hast das vergessen Also könnt ihr auch wieder jetzt rechts um abstimmen, wie ihr den Shop fandet Und auf die Endcard blende ich euch nochmal ein Video von gestern ein Da hatten wir eine Runde Bingo gespielt, das war ziemlich, ziemlich geil Schaut das euch unbedingt an, einfach hier draufklicken und dann hören wir uns dort Los, klick drauf, du hast doch nicht draufgeklickt Einfach hier, let's go Bis zum nächsten Mal